ja und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen folge metro 20 33 in der letzten folge sind wir hier also gelandet zwischen den fronten und wie ihr sehen könnt ist das doof mit dem speichern das heißt also man hat verschiedene speicherpunkte und wenn man dann wieder neu anfängt beziehungsweise wieder weitermachen will dann fängt man hier wieder ganz von vorne an irgendwie ein bisschen doof aber so ist das halt wir laufen hinterher da ist der andere kann man jetzt jetzt haben wir mal eben schnell die muni ein also das haben wir eigentlich alles hinter uns wer ist da ist noch einer der dreck sack hier so hier machen wir schnell das licht aus hier brennt auch noch licht das können wir natürlich auch mal ausmachen so perfekt ist es wieder ein bisschen dunkler und hier brennt natürlich ein feuer das können wir aber nicht ausmachen aber die lamp hier oben haben wir auch noch eben schnell aus und da hinten kommen sie jetzt können wir uns natürlich hier verstecken da kommen sie wir machen die mal eben schnell fertig hier ich glaube den haben wir auch vielleicht können wir mal eine granate darüber hinwerfen das war knapp da ist noch einer sie machen wir natürlich mal fertig hier so adrenalin spritze zack bäm und laufen das gibt's doch nicht so da hinten ist noch einer wir warten mal dass der kommt na wo bist du hat er sich da hinten verschanzt ok den hätten wir erstmal so jetzt müssen wir mal gucken was haben wir denn hier ein 80 gerät ja aber wir brauchen nur n drücken ok um es einzuschalten und ich würde jetzt mal sagen wir schauen mal was haben wir denn noch am muni fast gar nichts mehr was das geht ja gar nicht da müssen wir noch ein bisschen einsammeln hier das sollte ja kein problem werden so was hat der denn hier noch alles der hat nichts mehr habe ich dem gerade einen schuh weggeschossen also ich dachte schon so was haben wir hier noch ah guck mal einer an hier das nenne ich doch mal einen traum so das hier können wir nicht nehmen ach da ist eine Aua so hier noch alles einsammeln ja das hatten wir eigentlich alles schon in der letzten Folge gemacht aber wie schon gesagt wenn man wenn man kann nicht selbstständig speichern in diesem spiel das heißt man hat verschiedene speicherpunkte und wenn man dann ein let's play quasi pausiert beziehungsweise dann kurz unterbricht und dann wieder an der stelle anfangen wird dann fängt man wieder quasi ab dem Kapitel an und das ist dann ein bisschen doof halt so hier haben wir noch mehr Muni ich habe mir auch sagen lassen man sollte Muni sparen denn so viel Muni gibt es gar nicht deshalb 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 würde ich mal sagen schmeißen wir eben eine Granate und dann das ist dann so bäm ich würde mal sagen die hätten wir da wir schmeißen einfach nochmal eine hinterher wir schmeißen einfach nochmal eine hinterher bäm so jetzt müssen wir natürlich gucken dass wir hier mal irgendwie auch Dynamit eingesammelt kriegen von den Leuten hier die wir irgendwie gekillt haben die wir irgendwie gekillt haben so hier ist nichts ja die sollten wir lieber außen machen hier können wir mal drangehen aber hier scheint nichts zu sein dann schauen wir mal hier drin was wir hier haben und hier ist ganz viel Muni aber sonst scheint hier nicht zu sein das heißt wir können erstmal wieder zurück gehen und jetzt müssen wir irgendwie mal auf die andere Seite hier war auch noch irgendwo Dynamit habe ich irgendwo gesehen ich weiß jetzt gerade noch nicht wo aber irgendwelche Typen hatten hier auch Dynamit so hier war noch was genau was ist mit dir da ist noch Dynamit da ist auch noch Dynamit so hier haben wir alles hier war noch Dynamit was haben wir hier noch hier ist nichts mehr gut und dann können wir ja jetzt feuchtfrühlich hier weitermachen ich weiß jetzt gerade gar nicht wo wir jetzt genau hin müssen aber jetzt sind wir wieder an der Stelle wo wir eigentlich aufgehört haben und jetzt können wir hier ganz entspannt und chillig runter gehen und ich würde einfach mal sagen dann tun wir das auch mal am besten natürlich geduckt so den hätten wir auch so den hätten wir auch das müssen wir mal schnell gucken eben hier haben wir ganz viel und die nehmen wir uns natürlich na logo auch mal nachladen hier und wir müssen jetzt mal gucken dass wir hier uns möglichst leise verhalten und Haben wir ihn erledigt? Haben wir ihn erledigt? So, dann würde ich mal sagen, räuchern wir mal das Nest aus. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie... Na, tolle Wurst. Den hätten wir. Und da müssen wir jetzt mal irgendwas hinwerfen. So, und hoch damit! Haben wir einen? Und hoch damit! Weg damit! Bam! So! Granaten volle Möhre ausgeschöpft. Der hat nix für uns. Hallo? Schön lieb sein hier zu Papa Simon. Die Batterie ist natürlich halb leer. Sehr toll. Und wir haben ja auch irgendwo noch jemanden abgeknallt, aber irgendwie... hier! Hier! Wir nehmen etwas frei! Ah, hier! War irgendein Offizier auf jeden Fall. Da bist du ja! Ja! Ach ja! Muni haben wir auch ganz viel. Das ist doch gut! Wechseln wir uns! Diese Kugel sind wir nicht! Du bist tot! Tod! Pfff... 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 Ja, Tote muss man hier nicht leiden lassen. Voll die vielen Waffen hier, aber hier ist glaube ich sonst nix. Ne, hier ist nix, hier ist ne Sackgasse. Und da kommen schon wieder welche. Ach, hier ist nix, hier ist nix. Aaaaaaahhh So kriegen wir den da oben Wir haben Verletzte Das gibt's doch nicht, nimm das Wichser So Jetzt hab ich aber hier die Schnauze voll hier Ihr Drecksdinger Junge So Ruski abschauen Okay Willst du mich verarschen So weiter geht's Wollen wir nicht runterspringen Ich glaub hier hinten haben wir nix Da ist noch ne Granate Das ist gut, hier haben wir schön Muni Cool Cool, man kann ihnen die Augen wegschießen Bäm 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 Jetzt, jetzt sieht der aus wie der eine von Äh, von, von so Walking Dead da dieser Haha Witzig Nicht witzig So weiter geht's Okay, da hinten wird noch hart geschossen Was haben wir hier? Muni für uns Hier geht's hoch Hier haben wir auch noch ganz viel was am Muni liegt Oh Ein paar Granaten kann man immer gut gebrauchen So Und jetzt können wir hier auch mal ein bisschen feuern Einfach mal so aus Spaß ein bisschen rumbaggern hier Ja Können wir nachladen? Verarsche jetzt oder wat? Wie ist vorbei? Na die haben doch auch grad zu viel geschossen Wie ist das denn? 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 Vielen Dank.